Nääääh! Drecksding, geländes! Einmal rausstecken... ...und einmal wieder... ...anstecken! So, und ich hab einmal kurz die Aufnahme pausiert! Ups, Quatsch, halt! Falscht gedacht! Ja, so, jetzt geht's gerade los! Alles in Ordnung, so! Ja, gib her! Give me power! Was?! 12.000?! Oh, das gibt mir eine Gesandt Power! Nämlich neun mehr! Und ich brauch keinen Trefferbereich für Größerung! Warum? Naja, kennt mich ja! Hier, was die Scheiße soll hier? Armok laufen! Rotz! Rotz! Sinnlose Rotz einfach nur! Machen wir mal das, und machen wir mal das noch drauf! Hey, ich brauch Power, also! Halt! Halt! Ups! Aha! Das geht! omics! Das auch noch? Hm, das also. Halt! Es ist nicht viel, aber... oder sowas. Machen wir. Gut, jetzt bin ich zwar so gut wie pleite, aber naja, was soll's? Ich nehm's hin. Trägt eigentlich irgendwer Räuberringe? Nein, trägt keiner. Könnte ich hier mal ausrüsten? Könnte. Jetzt auf zum Sidequest. Dazu muss ich wieder zum Boot. Warte. Scheiße. Wie man sowas im Ergobus-Terra. Fuck it. Ja, entfernen geht nicht. Scheiße. Große, träge Scheiße. Ich könnte ja mal Staff verkaufen, wenn ich schon dabei bin. Gib mir 10%. Yes. No problem. Da bin ich noch stärker. Aber nicht stärker. Dann brauch ich den Salabock aber auch nicht mehr. Jawoll. Lähmung brauche ich nicht unbedingt. Das kann ich hier nehmen. Da hab ich ja Andis-Norvsen-Trank, um das zu heilen zur Not. Boah, das gibt Geld. Kann ich vielleicht noch gebrauchen? Wenn ich das mal eher gewusst hätte, hätte ich den Kampf gegen diesen Scheiß-Scherpin wesentlich leichter gehabt. Naja. Das ist ein Side-Quest-Gegenstand. Und was bringt's mir? Nix. Absolut nix. Und warum trage ich das eigentlich nicht? Ah ja. Andis-Kreuz kann ja. Logischerweise auch nur ich tragen, glaube ich. Die Sachen sind scheiße wertvoll. Naja, ich habe eine Schrittzähler drin. Deswegen trage ich das Ding nicht. Ich glaube, ich bin der Einzige, der Andis-Kreuz tragen kann. Japp. Ne. Da haben wir's doch. Komm, give me Nietenband-Harnis. Mit Rabatt natürlich. Of course. I want it on the Rabatt. Aha. Größte Stärke. Dann verkaufe ich das Rotz-Teil natürlich. Die Lady Reweste. Natürlich mit Preis anheben. Und weg. Und weg. Ah ja. Ähm. Ach stimmt. Das ist ja die japanische Botschaft. Oder irgendwie so. Also irgendwie so eine chinesische Botschaft. Was weiß ich. Irgendwas, was mit dem Arm hier zu tun hat. Und das bringt mir reichlich wenig hier rein zu gehen. Nämlich gar nichts, weil hier nichts ist. Das sein könnte noch kurz. Ja, klar. Da darf ich nicht rein, weil da wahrscheinlich immer noch Dings-Suketanis-Leiche liegt. Fliege, hau ab. Nein, vergiss es. Hunderennen. Glücksspiel. Haut ab. Haha. Sehr gut. Lass uns die Meere befahren. Hehe. Festung Kowloon. Was für ein Zufall. Auf geht's. Das kann etwas dauern. Friff, fang mich noch eins. Ey, ich bin das erste Mal in Hongkong. Aber ich wusste nicht... Haha. Das ist die Kowloon-Feste. Bouguis-Palast. Wow. Das ist unglaublich. Wer immer das getan hat, ist wohl ziemlich durchgeknallt. Wer weiß, was uns erwartet. Also Vorsicht. Wahrscheinlich ist das ein Nest voller gefährlicher Killer. Ja. Ich habe keine Chance gegen meine Harmonixer-Power. Ist hier etwas andere, glaube ich, Mitglied? Frank-Zeit. Was ist Bougui? Ich leck mich. Nutzloser Mann. Cool. Schlafloses Kind. Geisterhaus. Jawohl. Hier gibt es nämlich auch ein paar Monster, die ich zwar später nochmal... Okay. Lähmung und Schock kostet aber auch schweinisch viel Geld. Vergiftung, Schweigen und Verwirrung, Rückschlag, plötzlicher Tod. Hm. Tira Blatt, Tira Samen, Tira Blatt, 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 Wurzel gibt es also noch nicht. Weisheit? Stellt bewusst in der GP und 50... Nee, 50 MP. Naja. Da gibt mir nichts dazu. Hm. Na dann. Auf nach innen. In die Kouloun-Festung. Irgendwo hier dürfte es noch 100 Rilos geben, wenn es nicht sogar gleich hier drin ist. Nein, da ist eine Mana-Wurzel drin. Unser erstes Wurzel-Item. Das stellt scheiße viel wieder her. Ich glaube, 350 Standard. Oder 200. Ja, bei der Tira-Wurzel, da sind es 350 Standard. Okay. Haupteingang? Mehr geht ja nicht. Noch nicht. Hm. Ähm. Gehen wir erstmal nach hinten. Gibt es nämlich auch Viecher, die gegen physische Angriff im Mond sind, beziehungsweise magische. Das ist zum Kotzen, ist das. Ein Fahrrad. Ähm. Aufwärts. Ähm. Geh mal hier rein. Ja, ich geh nochmal zurück. Sieht zwar nach dem Sackgass aus, aber trotzdem. Jawohl. Kampf Nummer 1 in der Kouloun-Festung. Ah. Ein Geist. Muss ich jetzt Angst haben? Ähm. Ein Geist, der schneller ist als ich. Mistvieh. Ein Geist, der zweimal angreifen darf. Ein Mistvieh, was zweimal angreifen darf, bevor ich überhaupt einmal angreifen kann. Oha. 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 Die Bieste sind tough. Die sind tough. Die halten 200 HP aus oder so. Das ist einiges an Schaden. Wind. Ach man, kann ich nicht mal Wasser, Feuer, irgendwas anders bekommen? Nein. Es muss eben wieder... Oho. Ich darf mein Busheitslevel nicht vergessen. Die gibt es leider immer noch. Hm. Aha. Siegel der Seele. Die wollte ich eigentlich auch mal raushauen, die Items. Hm. Hm. Nix. Dann gehe ich mal weiter. Aha. Terra-Wurzel, sag ich ja. 350. Ich tippe auf 350 und nur 300. Fuck. 50 verschätzt. Naja. Lange her. Viel zu lange. Ich suche immer schön alles ab. Man weiß nie, wo man mal was machen kann. pure Wurzel. Auch noch. Die stellen einiges an ZP wieder her. 25 oder so. Hoffe ich mal. Komm. Nährt dann halt nur 10. Leckt mich. Ein Segenspruch. Ein Toiletter. Und da ist ein Lotterie.